So, das hier und ich sind hier auf einem super coolen Parkdeck. MTV Style! MTV Style! Und wir drehen jetzt Teil... Da ist ein Viech auf der Linse! Eklig! Jetzt nicht mehr. Wir drehen jetzt Teil 4 von Born. Wir nennen es Born... Born to be Wild. Das ist jetzt die erste Szene, die wir jetzt drehen. Das ist das Making-of. Und die drehen wir mit Dustin. Er ist jetzt Jason Born, weil Matt Damon hat gesagt, wow, ich verneige meinen Haupt vor euch und ihr dürft den Vierenteil drehen. Die erste Szene ist einfach, wir sind hier auf diesem wunderschönen Parkdeck. Und Dustin wird einfach mal vor den Bösen rennen und wir drehen das im Born Style. Okay, los geht's! Nein, ich renne nicht! Und ihr brennt einfach! Denkt dran, Born Style! Nein, 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 richtig laufen, richtig laufen! Okay, okay, ja, gut, gut! Das war schon mal sehr gut! So, du kommst jetzt um die Ecke und dann siehst du den Bösen und rennst auf ihn zu. Nein! Warum machen wir das? Und los geht's! Ich verstehe jetzt nicht! Ich hab Hunger! Und los geht's! So, Dustin hat jetzt keinen Bock mehr! So, Dustin hat jetzt keinen Bock mehr! Ich fand das aber sehr gut! Und... Ach, mein Arm wird lahm! So, das war's! Wir müssen jetzt noch ein paar Aufnahmen im Studio machen! Und Dustin hat schon sehr viel Bock darauf! Ne? Das Ding hat Bock! Ich glaube, die Kamera erkennt mein Gesicht nicht! Ich sollte nicht immer so gucken, das sieht irgendwie scheiße aus! Irgendwie müsste mal so... Facetracking? Sollte eigentlich funktionieren! Na ja, da kommt ein Auto! Und wir verabschieden uns jetzt, ja! Weil wir drehen jetzt noch ein bisschen weiter im Born-Stil! Ja, wir machen jetzt noch eine Szene! Und dann sind wir fertig! So! Ich hab das Mikro im Gesicht! So! Jetzt sind wir dann soweit! Wasp? Sie? Sie? Danke, du bist du! Schnell, du bist du! Sie sind es wirst! Sieh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020